Es gibt so viel Wärme und Erfahrung eines Jazzmusikers drin. Ich glaube, das wäre eine tolle Sache. Einen solchen Rat von Klaus Doldecker muss man eigentlich annehmen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Und nun Tony Flanagan und sein Trio. Vielen Dank. 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 Thank you. Vielen Dank. 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 Bye. Vielen Dank. ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ...... 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 ......... ...... ......... ......... ......... .........